Ich fliege zu Klinikum Neumarkt für die Firma UBM. Das Video startet jetzt über die Wasserkupe in Hessen, dem Berg der Piloten. Untertitel einschalten. Ein bisschen Spaß soll auch sein. Mit dem Motor im Leerlauf fliege ich hier mit Aufwind von 1000m auf 3000m in wenigen Minuten. Ich blicke nun auf das flache Bayern, hier über Bamberg und nördlich das CTR Nürnberg. Ich bin fast bereit für die Landung in Neumarkt, wo ich die nächsten Tage arbeiten muss. Den Flughafen konnte ich nicht so schnell finden. Es liegt etwas versteckt hinter dem Krankenhausparkplatz. Das ist genau der Ort, an dem ich sein muss. Für das Video fliege ich eine schöne Runde um die Stadt herum. Neumarkt-Radio, Delta Kilogramm, war vor dem Dialog. Hallo, jetzt geht es in Neumarkt. Die Landung ist 0,9. 0,9. Für die letzte Etappe der Landung fliegen wir über einen Vorort von Neumarkt. Endanflug. Es weht ein wirklich starker Wind, die es mich nicht leicht macht. Das Flughafen ist nicht geöffnet, aber Max ist speziell gekommen um mich binnen zu lassen. Das Hotel habe ich auch gefunden, das war auch nur ein paar hundert Meter von der Landebahn weg. Beim Griechen eine Suppe gefunden und geprüft, ob das Flugzeug wirklich sicher ist. Und dann beginnt morgen die Kundenarbeit. Niederländische Sprichworte. Ein Computerproblem liegt oft zwischen der Rücklehne und das Bildschirm. Arbeiten ist nicht schlecht, aber es nimmt zu viel freie Zeit in Anspruch. Nach zwei Tagen war alles fertig und die holländischen Sprüche würden entkraftet. Dann nochmal Spaghetti im Zentrum und morgen geht es dann wieder nach Hause. Das ist wieder Max und um 8 Uhr können wir schon tanken. Das ist ein besseres Service als bei uns im Emsland. Super! Dann fliegen wir nochmal ein ganz interessanter Curver auf besonderen Wunsch meines Kunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich fliege nochmal zurück nach Neumarkt, melde mich an bei Flight Information Services und dann sind wir auch fast wieder zu Hause. Die 600 Kilometer. Ich fliege südlich von der Kontrollzone Nürnberg, dann Richtung Frankfurt, Köln und dann geht es weiter nach Münster. Ein letzter Blick auf die Piste, mein Hotel und das Krankenhaus. Das war doch sehr schön die letzten Tage. Fiesmann, der Hersteller von Heizungen, hat hier wirklich eine sehr große Startbahn. Geld spielt offensichtlich keine Rolle. Ich habe versucht hier zu landen, aber meine Anfrage würde komplett ignoriert. Also keine Runde ins Besucherzentrum und schnell weiter nach Lingen. Kölnberg, der Hersteller von Heizungen, hat hier wirklich eine sehr große Startbahn, die ist in der ganzen Welt. Kölnberg, der Hersteller von Heizungen, hat hier wirklich eine sehr große Startbahn. Kölnberg, der Hersteller von Heizungen, hat hier wirklich eine sehr große Startbahn. Kölnberg, der Hersteller von Heizungen, hat hier wirklich eine sehr große Startbahn. 0-9